Die Bundesrepublik Deutschland liegt im Herzen Europas. Sie grenzt an neun Nachbarstaaten. Die Einwohnerzahl beträgt 81 Millionen Menschen. Zu den Staatssymbolen Deutschlands gehören die Staatsflagge und das Staatswappen. Die Staatsflagge ist schwarz, rot, gelb. Der Adler ist auf dem Wappen als Symbol für Stolz, Unabhängigkeit, Macht und Stärke dargestellt. Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Diese Stadt ist reich an Sehenswürdigkeiten. Das Symbol von Berlin ist das Brandenburger Tor. Gleich hinter dem Brandenburger Tor liegt das Heistagsgebäude, das vor 10 Jahren restauriert worden ist. Links liegt der Tiergarten. Berliner Zoo ist der artenreichste Zoo der Welt und der erste Tiergarten Deutschlands. Seit 1844 lässt der Zoo Berlin seine Besucher täglich aufs Neue stauen. Über 18.000 Tiere aus rund 1.000 Arten leben im großen Zoologischen Garten Berlin. Die Sikisäule mit der goldenen Skulptur gehört zu den bekanntesten Wahrzeichen von Berlin. Sie wurde von 1864 bis 1873 als Nationaldenkmal der Einigungskriege nach einem Entwurf von Heinrich Strack erbaut. Sie steht unter Denkmalschutz und geht als Einwahrzeichen Berlins. Der Alexanderplatz wird vor den Berlinern liebevoll Alex genannt. Der Berliner Fernsehturm steht im Berliner Ostteil Mitte nahe dem Alexanderplatz und ist mit 368 Metern das höchste Bauwerk Deutschlands sowie das vierthöchste freistehende Bauwerk Europas. Man zählt ihn zu den zehn beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Schön ist die Kuppel des Berliner Doms. Und die links davon liegende bekannte Museuminsel. Sie ist die Keimzelle der Berliner Museumlandschaft und mit ihren Museen ein vielbesuchter touristischer Anlaufpunkt und einer der wichtigsten Museumkomplexe der Welt. Seit 1999 gehört die Museuminsel zum UNESCO-Welterbe.